Das Altin Yunus Resort und Thermal Hotel liegt in Cesme in türkischer Ägäis. Die meisten Gäste des Altin Yunus Resort und Thermal Hotel würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 70%. 324 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Ein gutes Sport- und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,6 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Zimmer. Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,5 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,4 von 6 Sonnen. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Mehrzahl der Gäste bewerten das Hotel als gut gelegen. Es erhält für die Lage 4,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.